Hier haben wir das Salil, Gaminia World Premium. Von außen her macht es jetzt nicht viel her, aber innen drin die Zimmer sind schön. Das Essen, das Trinken ist ein Traum. Die Buffets sind super, super toll und hier fehlt es an Abend gar nichts. Die Cocktails an der Bar ab 19 Uhr inklusive und da kann man sich bestellen, was man möchte.